Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich einen Haul für euch. Ich habe nämlich so ein paar Produkte, die ich super gut fand, nachgekauft in anderen Farben oder anderen Geruchsrichtungen und außerdem ein paar ganz neue Produkte bestellt. Fast alles davon habe ich auch schon getestet, das heißt es gibt jetzt auch ein paar kleine Reviews und außerdem ist es ein bunter Mischmasch aus Beauty und Deko. Ich hoffe ihr freut euch. Ich freue mich, wenn ihr mir diese Frage hier in den Kommentaren beantwortet und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit zwei Lippenstiften und zwar sind das 2 in 1 Produkte. Es ist ein Lippenstift, der zum einen die Lippen einfärbt, gleichzeitig allerdings auch pflegt und davon habe ich bereits eine Farbe und ich mag den Lippenstift einfach super gerne. Jetzt habe ich mir die Farben 20 und 40 noch nachbestellt. Einmal so ein Rosé und einmal ein Braunton. Alle Produkte, die ich euch jetzt zeige, habe ich übrigens im T-Mann-Shop bestellt. Vielleicht kommt euch dieser T-Mann-Shop noch ein bisschen bekannt vor. Ich habe euch vor ein paar Monaten schon mal von der Parfümerie T-Mann erzählt. Das ist ein Familienunternehmen aus Sachsen und dieses Familienunternehmen ist aufgrund der aktuellen Situation auf den Online-Handel umgestiegen bzw. hat den Handel ausgeweitet darauf. Ich finde das ganz toll, sowas zu unterstützen, denn gerade diese familienbetriebenen Unternehmen, also im Parfümerie-Segment, haben auch ganz, ganz tolle Sortimente. Also der T-Mann-Shop beispielsweise führt Lancome-Produkte oder auch Prada oder Biotherm. Da gibt es super viele Marken und Produkte und ich kann nur an euch appellieren, gerade wenn ihr auf der Suche noch nach Geschenken seid oder euch selber beschenken möchtet, bestellt doch in einer solchen Parfümerie. Die freuen sich wirklich über jede Bestellung. Ich habe sogar von dem T-Mann-Shop auch einen 20% Rabattcode für euch bekommen. Das heißt, das lohnt sich doppelt. Ihr unterstützt das Unternehmen und könnt sogar noch sparen. Ich packe euch alles in die Infobox. Diese beiden Lippenstifte von Art Deco zeige ich euch natürlich auch sehr gerne mal aufgetragen. Die 20 beispielsweise trage ich auch aktuell auf den Lippen. Das ist halt, wie der Name auch schon sagt, ein super pflegender und trotzdem sehr farbstarker Lippenstift. Dadurch, dass er so glossig und glänzend ist, trägt er sich natürlich etwas schneller ab als das Matte-Lippenstifte. Trotzdem finde ich das Gefühl auf den Lippen super angenehm. Auch gerade jetzt im Winter, wo man doch meistens trockene Lippen hat und die matten Lippenstifte diese trockenen Lippen dann doch krass betonen. Und manchmal ist es ja so, dass bei diesen Lippenstiften durch diese Pflegewirkung die Farbe nicht richtig zum Vorschein kommt. Das ist hier gar nicht so. Also ich habe davon auch so einen richtig tollen Orange-Ton. Der ist eher für den Sommer geeignet, aber der ist auch klasse. Und hier habe ich, wie gesagt, ja noch die 40, diesen Braun-Ton. Auch der ist sehr, sehr schön. Der ist noch besser vielleicht für den Alltag geeignet oder auch wenn man ein sehr auffälliges Augen-Make-up geschminkt hat. Also kann ich euch beide sehr empfehlen. Für meine Mama habe ich dann ein Geschenkset bestellt und zwar von Lancome. Das besteht aus dieser Mascara. Die ist ja auch tatsächlich ziemlich gehypt. Dann aus einem Kajal, einem Kohl-Kajal und aus einem Augen-Make-up-Entferner-Behälter-Produkt. Dadurch, dass Produkte von Lancome ja eigentlich immer schon super teuer sind, fand ich dieses Set ziemlich cool, weil es doch verhältnismäßig preiswert ist. Meine Mama liebt auch diese Mascaras. Deshalb dachte ich, da freut sie sich bestimmt drüber. Und auch gerade so einen Augen-Make-up-Entferner kann man ja immer gebrauchen. Den Kajal mal schauen, ob sie damit was anfangen kann. Aber sonst gibt sie mir den bestimmt. Oh ja, ein Produkt, was ich mir jetzt auch bestellt habe, weil ich ein anderes Produkt davon genial finde, ist diese Kerze von Woodwick. Und zwar mit einem sehr schön bärig, süßen, winterlichen Duft. Also der ist so, so toll. Farblich passt sie auch perfekt in unser Wohnzimmer, weil wir so grün-goldene Akzente drin haben. Auch so tannengrün. Und was ich an diesen Woodwick-Kerzen besonders mag, ist, dass sie erstens wirklich ziemlich ergiebig sind. Also da hat man sehr, sehr lange was davon. Zweitens wohnen wir in einer Altbauwohnung und es ist wirklich sehr, sehr schwer, große Räume mit einem Duft zu füllen, sozusagen. Das bekommen diese Woodwick-Kerzen aber so krass gut hin, sage ich euch. Also wenn man beispielsweise ins Wohnzimmer kommt, riecht der ganze Raum danach, sobald man diese Kerze anzündet. Wahnsinn! Und was eben auch sehr cool ist, ist, dass dieser Docht so knistert, wenn man ihn anzündet. Das ist natürlich, ja, vielleicht auch für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig. Man muss es mögen. Ich finde persönlich, das macht so eine beruhigende Lagerfeuerstimmung. Also, ja. Aber ich zeige euch mal gleich noch die nächste Kerze, die es nämlich auch so mega gut hinbekommt, einen ganzen großen Raum mit Duft zu füllen, ist von Yankee Candle, diese Mary Berry-Kerze. Gibt es auch nochmal in sehr klein und auch in groß und so weiter. Und auch dieser Duft ist genial. Das ist auch ein sehr bäriger Duft natürlich, aber auch der hat eine super schön süße Note und ist deshalb nicht so quietschig, sondern ein ganz schön warmer, angenehmer, bärig-süßer Duft eben. Riecht sogar vielleicht noch ganz leicht nach Plätzchen oder so. Also, boah, kann ich euch auch so empfehlen. Man sollte dementsprechend vielleicht nicht besonders duftempfindlich sein. Ich kann nur sagen, ich mag das super gerne. Weil ich diese Kerzen von Woodwick so toll fand, habe ich jetzt auch mal einen Raumduft bestellt von der gleichen Brand eben, und zwar mit weißem Tee und Jasmin. Der sieht auch super interessant aus. Es ist nämlich kein gewöhnlicher Raumduft oder ein Raumduft mit Duftstäbchen, so wie die meisten es wahrscheinlich kennen. Man hat hier ein Glas, außerdem diesen Holzstab und dann den Deckel. Und der Holzstab, der kommt einzeln in dieser Packung. Den muss man zunächst in den Deckel einschrauben und dann lässt man das Ganze zwei volle Tage stehen, also 48 Stunden, bis sich dieser Deckel eben komplett mit dieser Feuchtigkeit vollgesaugt hat und den Duft in den Raum transportieren kann. Dieser Duft ist jetzt tatsächlich gar nicht so mein Favoritenduft, weil es ein sehr, sehr floral frischer Duft ist. Er könnte für meinen Geschmack eben, wie fast alle Düfte, ein bisschen süßer und wärmer noch sein. Aber gerade die Leute von euch, die eben diese blumigen und auch sehr frischen Düfte mögen, mögen wahrscheinlich auch diesen Raumduft. Der ist nicht ganz so krass im Übrigen auch wie die Kerzen. Wenn man an der Stelle ist, wo dieser Raumduft aufgestellt ist, dann nimmt man, ich sag mal, in ein, zwei Metern Abstand das Ganze immer noch schon ziemlich gut wahr. Aber dieser Raumduft hier füllt jetzt eben nicht den kompletten Raum mit dem Duft. Oh ja, ein Produkt, auf das ich mich auch schon richtig gefreut habe, als ich es bestellt habe, ist von Lancome dieses Idol Parfüm in der Aura-Version. Also das ist nicht die Standardvariante. Es gibt davon auch mehrere Varianten. Ich habe ja beispielsweise, das muss ich euch auch gleich mal zeigen, Moment, dieses sehr bekannte La Vie et Belle Parfüm in einer viel, viel süßeren Variante noch. Lustigerweise ist das auch voll mein Alltagsduft geworden. Also ich mag ja diese süßen, nicht zu aufdringlichen, aber trotzdem pudrig-warm riechenden Düfte. Auch den kann ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Als Cindy und ich uns beispielsweise getroffen haben, hatte ich den auch drauf und sie meinte so, boah, du riechst so gut, was hast denn du drauf? Dann habe ich gesagt, La Vie et Belle. Und sie meinte so, echt? Okay, das hätte sie jetzt irgendwie gar nicht gedacht, weil sie meinte, sie kann den Duft überall zuordnen. Mittlerweile tragen den ja so viele. Dann habe ich gesagt, ja, ja, aber das ist eben eine spezielle Variante. Und da war sie dann Feuer und Flamme. Dadurch, dass die Standardvariante vom Idol-Duft ja etwas floraler duftet, wollte ich nochmal wissen, wie diese Aura-Variante riecht, weil hier zum Beispiel auch Vanille mit drin ist. Ich kann euch ja gerne mal die Duftnoten einblenden. Auch der Flacon sieht einfach anders aus als die originale Standardvariante. Ich sprühe den jetzt hier auch nochmal auf. Das ist immer noch ein sehr floraler Duft, aber der hat eine leicht süßlich-fruchtige Note noch. Könnte für meinen Geschmack tatsächlich noch ein bisschen süßer riechen. Ihr müsst auch denken, meine Güte. Aber ich habe den Duft beispielsweise auf Willi gezeigt und Willi meinte, boah, er findet den richtig gut. Also er findet nicht, dass der Süßer riechen sollte. Er meint, das ist genau richtig. Übrigens auch mega langanhaltend. Also wenn ihr davon ein, zwei, drei Pumpstöße, Stöße morgens aufsprüht, riecht ihr abends immer noch krass doll danach. Und jetzt habe ich sogar noch eine Überraschung für euch. Ich werde euch dieses Idol-Parfüm noch komplett neu verpackt und eine Woodwick-Kerze, auch mit so einer winterlich-weihnachtlichen Geruchsrichtung, auf Instagram an einen, eine von euch verschenken. Ich werde die Instagram-Story jetzt zeitgleich zum Video hochladen. So habt ihr jetzt 24 Stunden Zeit mitzumachen. Ich kann euch aber auch nur empfehlen, sowieso gerade bei Instagram sehr aktiv zu bleiben, denn da habe ich jetzt immer wieder ein paar Story-Gewinnspiele versteckt. Die einen oder anderen von euch haben es ja auch schon mitbekommen. Aber natürlich möchte ich auch, dass meine YouTube-Abonnenten und Abonnentinnen was bekommen. Deshalb wird es gleich auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch hier geben. Aber wir machen erst kurz weiter. Diese Kerze hier von Cerabella wurde mir nämlich auch vom T-Mann-Shop speziell jetzt auch empfohlen. Das ist jetzt eine Kerze mit Zimt- und Orangenduft. Und die sieht auch schon mal wirklich toll aus. Also es ist eine ziemlich gelungene Mischung. Allerdings ist diese Kerze beispielsweise vom Duft her nicht so, ja, warm und stark vielleicht auch, wie diese anderen Kerzen, die ich euch gerade gezeigt habe, sondern die riecht etwas rauchiger. Sehr interessante Duftkomposition. Auch die ist übrigens super ergeblich. Volle 48 Stunden soll die brennen können. Da müsst ihr mal gucken, ob es gerade diese Kerzen noch aktuell gibt. Die sind wie gesagt sehr beliebt, aber ich verlinke sie euch. Oh, übrigens noch kurze Sache. Ich hatte in meinem Paket hier vom T-Mann-Shop diesen Duft drin. Also mit diesem Duft wurde das ganze Paket auch eingesprüht. Ich probiere es jetzt einfach mal auszusprechen, Baccarat Rouge 540. Das ist ein Duft, den auch ganz viele von euch toll finden. Also der wurde mir ganz oft von euch empfohlen. Und tatsächlich muss ich sagen, bei diesem Duft habe ich erst gedacht, als er so vom Paket her in meine Nase kam. Hm, ja, riecht irgendwie sehr aufdringlich. Obwohl es auch ein krass süßer und pudriger Duft ist. Ich muss den auch nochmal kurz aufsprühen. Und komischerweise, umso länger ich dann dran gerochen habe und umso öfter, fand ich den irgendwann so gut, dass ich den jetzt schon öfter einfach so im Alltag mal benutzt habe. Der riecht wirklich mega gut plötzlich. Ich weiß nicht warum. Also wie gesagt, eben auch so richtig süß und wirklich sehr stark süß. Pudrig, also recht schwer. Ich denke also, dieses Parfüm muss ich mir unbedingt auch nochmal in der großen Größe anschauen. Stimmt, ich habe auch noch einen weiteren Raumduft von Cera Bella. Und zwar soll der so nach Kräutern duften. Das ist jetzt wieder ein sehr herkömmlicher Raumduft, würde ich sagen. Ich weiß übrigens, was mit Kräutern gemeint ist. Es riecht allerdings auch sehr krass nach Citrus und Minze, finde ich. Ein sehr frischer Duft eben. Vielleicht auch gerade etwas fürs Badezimmer, wo ja alles immer frisch, zumindest meistens, duften soll. So, und dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt von Art Deco. Da muss ich euch allerdings sagen, das habe ich noch nicht richtig getestet. Und das ist ein Lidschattenstift. Der soll wasserfest sein. Und ich habe hier die Farbe 31. Ich trage den gerne mit euch hier nochmal auf dem Handrücken auf. Also das ist wirklich ein ganz toll schimmriger Gold, ja, Rosé, Bronze Ton. Das ist auch ein sehr cremiger Ton natürlich. Er ist, wenn man ihn so aufträgt, sehr stark pigmentiert. Wenn man ihn dann so ein bisschen verwischt und mit dem Finger einarbeitet, ist er eben nicht mehr ganz so stark. Allerdings weiß ich, wie gesagt, noch nicht so richtig, wie er sich dann auf den Lidern verhält. Das wollte ich eigentlich testen. Ich habe es leider vergessen. Fand ich aber auch sehr interessant. Und wenn ich den getestet habe, dann zeige ich euch den natürlich auch gerne nochmal genauer. Da diesen Sonntag leider aus technischen Gründen ja kein Adventssonntags-Gewinnspiel online kommen konnte hier, habe ich heute das Paket für euch. Also ich zeige euch auch gerne mal wieder ein Bild, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, was da so drin ist. Und ich werde außerdem vom Timan-Shop hier nochmal die Kerze von Yankee Candle in klein und auch die Woodwick-Kerze in klein reintun, damit ihr auch gleich was von diesen tollen Geruchsrichtungen habt. Und außerdem von Biotherm noch eine Augencreme. Das findet ihr auch alles da drin. Um mitzumachen, solltet ihr wie immer ein Abonnent, eine Abonnentin meines Channels sein. Ihr solltet dem Video einen Daumen nach oben geben und ihr solltet einen Kommentar verfassen, wo irgendwo der Hashtag Timan zu finden ist, dass ich weiß, dass ihr mitmachen möchtet. In einer Woche werde ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigen. So meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir sehr, 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 sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.